hallo freund und willkommen zurück hier bei bomber crew im dritten teil ich spiel noch ein bisschen weiter ihr habt danach gefragt und warum nämlich das macht ja auch ein bisschen spaß ich kann hier leider gerade gar nichts groß kaufen hat nämlich kein geld denn wir haben ja ein flugzeug verloren ist auch kein wunder bei dem namen weiter der 13 kann man übrigens auch ändern nicht gemacht es war ja gar nicht geplant dass ich so lange spiel ich wollte bloß anspielen aber wir schauen jetzt mal wo gehen könnten oder sieht ganz übel aus das sieht das haben wir geschafft hier sogar okay hohes risiko gut wir müssen irgendwie schauen zur dauer hohes risiko dass ich irgendwie noch ein bisschen geld macht mir eigentlich ist ass der wird wahrscheinlich weil ich den letzten mal nicht abgeschossen habe ob der jetzt wahrscheinlich überall okay wir schauen mal ob man das hier schaffen dieses dinge zu zerstören der konzentration und setzen natürlich gleich den kurs und setzen zum hinfliegen mal auf mager schauen uns das dann mal an wo wir hin müssen wir können auch gleich nehmen wir haben den funker ja verloren können wir hier das können man manuell okay das geht wir haben geringe höhe erreicht das ist sehr nett wir lassen machen hier mal ein bisschen schneller dass wir schneller zum einsatz ziel kommen ja berichten zufolge ist ein feindliches flieger insatz gemüt ja das wissen wir ja schon wir hoffen der er hakt uns nicht gleich sollte uns am besten jetzt schon behagen eigentlich die kampfflieger werden wir das mal runter holen müssen natürlich gleich schauen so jetzt soll man das hier gleich anfliegen und die gleich vom himmel holen können ich habe ihn gerade gesehen oder hinter mir da 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 ist er 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 das lassen wir ihn nochmal da ist er da ist er und die nochmal abversuchen, abzuhauen, zumindest. Toll. Okay, der, der. Nee, halt zurück. Wenn ich hier das so löschen. Oh, die Blöde sind ganz schön viele. Ich kann ja auch auf, um nicht zu schießen, um einen Ahlen. Weil wir den drüben haben. Kann ich das Ding hier reparieren, aber... Nein, schwind. Das brennt schon wieder. Okay, wir müssen irgendwie abbauen. Das ist ja nicht schon wieder ein Flugzeug, weil... Okay, das wäre schon weg. Oh, den dann müssen wir wieder hochsetzen, dass der mitschießen kann. Hier noch ein Kokos. Ah, jetzt. Komm, komm, komm. Ich würde das Fliegerass halt gerne mal abschießen. Aber ich glaube, da weichen die Waffen auch nicht so richtig. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen rum. Das ist jetzt extrem lahm. Ich erreiche hier auf jeden Fall gleich mal. Wir haben noch zwei Triebwerke. Soll ich center- Malen... Nee, nee, bringen wir lieber keine Moni in mir bei. so ich hoffe und so 2 Driebwerke, ja! 3 haben wir eigentlich, dann können wir das ausfahren hier noch Uh, wir können es noch ausfahren, weil wir dürften landen auf er sich nämlich hinsetzen übel, übel, okay ich war wenigstens sogar heil nach hause gekommen, würde ich sagen, oder? ich fällt mir gerade ein, das letzte mal hatte ich keine Musik an das stört jetzt YouTube hier nicht ich bin jetzt hier mal ein bisschen schneller, ja, der ist immer noch da natürlich, den konnte ich nicht abschießen, wir schauen mal, ob mir irgendjemand gepimpt ist ok, nach Besprechung verlassen, jetzt sollen wir hier noch mal kurz die Musik-Lautstärke runterdrehen vielleicht so, oder ich weiß nicht, soll man sie ganz ausmachen, wir machen sie mal ganz aus und dann schauen wir mal die Crew-Ausrüstung weil die Crew ist halt doch das Wichtigste eigentlich ähm er hat ja den, ich mache immer gerne hier so Komplettsets das ist unser Pilot Einfaches für Piloten da gibt es halt die braunen und die blauen das ziehe ich ihm jetzt einfach mal an dann haben wir den Mechaniker ok, dann haben wir den Navigator dann haben wir den Bunker ein MG-Schützen ja, der hat das schon der hat das auch schon und dem können wir jetzt, ähm auch, glaube ich, MG-Schütze geben, oder? der Bombenschütze ist ein bisschen schneller hm ach, den geben wir jetzt auch das weil dann sitzt der auch mal ähm MG, der hat jetzt hier was können wir dem noch geben jetzt ist die Frage der ist MG-Schütze ne, der ist Techniker genau, der Techniker der könnte auch Sanitäter sein oder was machen wir mit dem Navigator MG-Schütze hm gute Frage machen wir dem noch zum Ingenieur ne, den machen wir zum Sanitäter da habe ich nämlich gar keinen oder warte, nein ja, möchte ich entfernen dann wird der jetzt einfach mal Funker der Pilot ne, das ist nicht der Pilot das ist ein Schütze den machen wir auch mal zum Ingenieur ja, keine Ahnung ich weiß es ehrlich gesagt nicht was jetzt da besser ist und dann brauchen wir noch einen Piloten so gucken wir mal nach unserem Flugzeug ob wir dem was Gutes tun können lieb, wäre mir dass ich das irgendwie alles gepanzert kriege ähm zum Beispiel auch nicht die Systeme in die Geschütztürme die Motoren Standardmotor MK2 aha okay okay das geht sowieso nicht das würde gehen dann würde ich das nicht das Bauchgeschütz sondern das obere Geschütz verbessern das brauchen wir noch öfters und dann gehen wir in die nächste Mission schauen wir mal was es da gibt okay ein Fliegerast das ist schon mal super wir schauen aber eine Mission vielleicht wo wir nicht so U-Boot jagt das jetzt auch nicht so naja machen wir das halt jagen wir ein paar U-Boote mittleres Risiko das ist okay das kriegen wir hin hoffe ich doch mit unseren super super mannequins hier diesmal nicht vergessen Fahrwerk einfahren und zwar jetzt Fahrwerk einfahren so der kann immer noch nichts der Funker leider lassen wir es mal ein bisschen schneller laufen Ringehöhe erreicht wir können auch noch nicht von auch glaube ich das kann man schon von hier hoch fotografieren jetzt regnet es sowieso hier mehr ist von hoch gar nichts wir müssen auf niedriger Höhe bleiben das bedeutet der hier ich glaube das ist der wo auch Bomber ist der kann sowieso gleich hier runter was ist da noch einer ja hier hier so dann geht der hier gleich hier runter dann können wir auf den Boden da hätten wir schon das erste U-Boot da ist das zweite U-Boot und da ist es das U-Boot und da ist es noch ein Flieger ich würde mal ein Ende noch kriegen das fotografieren wir auch toll dann würden wir ein bisschen mehr Geld bekommen und könnten unser Flugzeug wieder ein bisschen pimpeln dann können wir mal die Klappe schließen vielleicht können wir den hier auf mager stellen wollen wir Flieger hier in den Ebenen ne bisher nicht sehr ruhig sehr ruhig verdächtig ruhig aber gut wir nehmen es an ne so jetzt noch hier und da kommt Flieger wo haben wir hinter da äh ich habe sie nicht gesehen da irgendwo da hinten da und da waren auch noch welche ne das ist das Ziel hier die Klappe öffnen äh nach dem Fokus wir dürfen erstmal ähm Munition oh ist abgetaucht wo ist er jetzt vorne nur noch das U-Boot dann haben wir es das letzte U-Boot Mann der sind ja alles der ist ja alles der ist ja auch alles Flieger da! So, geschafft. Daumen wir ab, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen natürlich noch mehr Flieger. Hast du da auch noch welche? Ja, auch noch mal welche. Läuft! Die wollen's wissen! So, jetzt werden wir den hier erstmal knappe schließen und mal hochgehen. Und der muss hier ganz schnell operieren. Boah, das schaffen wir locker, oder? Das sollten wir schaffen. Und wir bleiben auch fest, wir haben auch einen abgeschossen. Sehr schön. Da werden die uns nicht hin folgen. So, wir kommen wieder an seinen Platz. So, Werk ausfahren. Hier fährt beides aus. Das heißt, wir können ein bisschen schneller. Dann haben wir das auch. Zweite Mission. Erfolgreich! Hier können wir unseren Bomber in dem Fall noch ein bisschen pimpen. Freitag der 13. und an die nächste Mission angehen. Handeln erst einmal. Und wir sind alle hoch zufrieden. Schön. Und wir haben sogar ein Foto gemacht. Das ist auch super. So, neue Fertigkeiten. Sehr schön. Und wir schauen mal. Systemhydraulik. Blablablubblub. Verstärkte Lederstiefel. Was können wir denn noch für unsere Crew-Ausrüstung Gutes tun? Oder vielleicht noch was? Hier, komplette Voreinstellung. Einfach Set mit Panzerung. Uiuiuiuiui. Oh, ist das jetzt nicht speziell? Piloten. Navigator. Bunker. MG-Schütze. MG-Schütze. MG-Schützen. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Wir kümmern uns noch um unseren Flieger. Unseren guten Flieger. Was haben wir denn da? Geschütztürme sollten wir wahrscheinlich verbessern. Und natürlich hier die Motoren. Gepanzerte. Oder Lackierungen. Ne, Lackieren will ich ja gar nicht. Ich will. Eigentlich mal bessere. Das ist auch bloß Mk1. Gepanzerter Rumpf. Das hört sich doch super an. Und wir sollten unsere Motoren mal pimpen. Gepanzerte. Gepanzerte Motoren mal machen. Ah, sein Gewichtslimit überschreiten. Dafür brauche ich einen besseren Motor. Das heißt, ich bräuchte so einen Standardmotor. Würde ich doch hier noch so einen Standardmotor Mk2 reinbauen. Und dann vielleicht das hier. Ne, den kann ich leider nicht panzern. Das reicht mir nicht mehr. Kann ich hier noch ein Boot? Ne, kann ich auch nicht. Eine Taube vielleicht. Kann ich auch nicht. Eine Taube ist zu teuer. Ja, in dem Fall kann ich nicht mehr mehr machen. Wir gucken mal, was wir für Missionen haben. Und dann werden wir die Mission... Okay, hier ist eine grüne Mission. Niedriges Risiko. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Fangen wir damit an. Ganz gechillt in die vierte Runde. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da. Schenkt mir ein Abo. Euer Deinsicht und tschüss.